1, 2, Freddy, komm vorbei, 3, 4, steht der Vollertür. Boom, 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 n'appetit. Freddy versucht jetzt, 10 Leute zu erschrecken. Das wird auf dem Video festgehalten. Okay, mach ich das. Ab jetzt. Ha, 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 eine Spende. Ich habe eine Neffi. Hey, du. Ha, ha. Start. 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 Hey. Okay. Okay. Ich hab 10 Leute erschreckt richtig und das habt ihr im Video gesehen. Dafür darfst ihr 2 Blues aus und ein Tor-Poster. Oder DVDs, ich weiß nicht was da drin ist. Da ist doch sein Lieblingsfilm. Hello wieder dabei. Genau, dein Lieblingsfilm Jason ist da drauf. Jason. Freitag der 13. Dankeschön für das Mitmachen. Fühlst du dich? Ja. Seit wie vielen Jahren bist du tot? Ja. Ja. Sag ja, das ist okay, die können nicht sprechen. guckst du dich. Das ist okay. Das ist ja so ngelig, dass ich es sehr interessante. Ja. Äh ja. 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 Bis zum nächsten Mal.